Also, es war nicht das erste Mal, in dem ich diese Profession in der Welt ziehe. Was ist bei der Lieblingssport? Ist das ein bisschen das Laufen oder musst du eigentlich aus dem Land kommen? Ja. Was ist denn so bei der Lieblingsstrecke? 5 Minuten, die wird sie in der Mitte? Äh, 5 Minuten, 7 Minuten. Also, so wie bitte, das machen Sie bitte nochmals. Weißt du, willst du den Schmicker machen, ja? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber wer wäre denn der Läufer in der Welt? Vielleicht. Vielleicht. Schau's mal, bitte. Einmal, ich drücke die Kamera, der LW-B-Bericht ist für die Sieger, der LW-B-Bericht ist für die Siegerin, und LW-B-B-Z vielleicht zugefügt ist oder nicht der Siegerin. Vielen Dank. Ich denke, wir sind jetzt auf der Bühne bei den gescheitesten Altersversen für Siegerinnen. Nochmal. Das ist aber jetzt nur eine Bemutung. Das war nicht sehr wahrscheinlich. So, machen wir jetzt für Musik. Jetzt ist es Zeit für Musik. Und immer wenn ich das sage, spiele ich die Kamera für den LW-Bericht an. Das wird heute nicht passieren. Wer hat denn Musik ruhig? Wir haben die Musik ruhig. Ach so. Wir suchen eure Mama. Wie heißt eure Mama für den LW-Bericht? Christine. 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 Mama Christine. Hast du noch weitere Informationen? Ach, da ist sie dabei. Pack, 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 pack. Schnell wieder raus. Schnell wieder raus. Ach, ey, ey. So, genau. Was ist denn deine Lieblingsgesin? Kannst du mal eine Sekunde drüber nachdenken? Was ist denn deine Lieblingsgesin?